wenn man doch auch mal stream ja ich glaubte den host ich weiß nicht mehr was ich mal das letzte mal gemacht aber ich habe schon lange kein ls mehr gespielt muss ich zuerst wieder gucken wollen wir mehr auch noch macht er nicht ich muss ich was anderes mal jetzt den hier hat doch noch drin so dann kann doch so 13% Entschuldigung. So, der ist jetzt wieder voll. Einen fahren, weil der ist noch nicht leer. Der Weizenfeder. Der Weizenfeder. Ich weiß nicht, dass wir noch nicht sehen. Amen. 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 Oh Gott. Oh, das ist sehr. Das war's für heute. So, das ist so weit, ich kann weiter dünnen. Also nicht alleine. Ja, ich grüße dich, Cory. Auch schon wach. Ja, der Bot geht schon die ganze Zeit, aber die Bot Nachrichten gehen nicht, keine Ahnung warum. Er schreibt mir keine Nachrichten mehr rein. Und die Stunden zählt er auch nicht mehr, das weiß ich auch nicht warum. Ja. Bei mir gibt es keinen Goldraub. Oh scheiß. Bei mir gibt es nur Pfoten. Katzenpfoten. Das ist halt, wenn man in zwei flächenden Streams ist, ne? Ja, Cory Maiky ist auch am streamen. Und ja, quatscht ein bisschen miteinander, ne? Komm, wir wollen. Wir sitzen immer zusammen in einem TF. Bei einem E-E-H-Dot TF. Bei einem... Hallo. Bei einem Zwiebel. Bei einem Zwiebel. bei einem Link-Bot neu einstellen muss. Alles löschen und neu machen muss. Wenn der nicht mehr zählt und das. Warum macht der nicht das, was der will? Keine Ahnung, seit den Updates, wo kamen, funktioniert einfach nicht mehr. Update? Ich hab's heute auch wieder ein Update, aber bei mir. Das bei mir funktioniert. Ja, du hast ja keine Texte, die er in den Chat schreiben soll. Die funktionieren nicht mehr. Und die Stunden zählt halt einfach nicht. Das kann... Das kann mit einem Update zusammen sein. Das war ja nicht. Ähm, Corinne, nein. Ich wurde untauglich geschrieben, weil ich medizinisch... Probleme habe. Also mein Rücken ist eigentlich kaputt, sag mal's ganz klar so. Dann wurde ich... Entlassen. Vom Bund. Nach gut einem Drittel meiner Militärkarriere. He. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause, ja. Ja, Glück oder nicht, kann man sagen, wie man will. Ich hab jetzt einfach immer Rückenschmerzen und das, aber sonst, ja... Ja, schon cool wieder zu Hause zu sein. Mit einem eigenen Bett zu schlafen. Ja, ich hab jetzt schon mal Platz. Ja, ich hab jetzt nicht mehr Platz. Und deine Grundausbildung hast du in den Weg gebracht oder? Hm, nicht ganz. Die Funktion und so habe ich, aber die Grundausbildung habe ich nicht fertig. Hätten mir fünf Wochen gefehlt. Oder fehlen mir, besser gesagt. Wie soll Äpfel pflücken? Ah, jetzt check ich. Bist gemein, Kochi. Sorry, ähm, wenn du wieder bei der GTA 5 Live, M5 Live mitmachen willst, musst du dich jetzt weitlässt. Was ist das? Das ist normal GTA Live, also wie man es so kennt von Schlo und so. Online-RP. Ehm, irgendwie das von Schlo. Wie das von Schlo-Rocks. Wo man kennt. Äh, nehm ich an. Mit KIs, weil denen gibt's ja keine KI. Weil denen ist ja die Stadt tot. Mit KI, cool, das ist aber cool. Da gibt's halt KIs. Da überwogen wir jetzt hin. Also. Da bin ich. Genau. Da bin ich. pumpkins. Ja, da bin ich. 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 Wie gut ist eine Cremeschnitte, Kochi. Oh, das erste Feld hat mir gedückt. Ja, grüß dich Matze. Schon feierabend oder was? Das geht ja mal gar nicht. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich. Und ich grüße auch Palenion. Hey, jetzt geht's aber los hier. Jetzt kommen sie alle, wenn ich... Ja, Palle, ich hab keine Ahnung, warum das immer noch nicht funktioniert mit dem Zählen. Und Matze ist mit dem Goldstück, hab ich das Gefühl, da gewinnt immer jeder. Auch mit Goldraub, man gewinnt nur noch. Es kommt immer das gleiche. Ja, das geht nur alle paar Minuten. Oh, was hab ich denn da eingestellt? Goldstücke. Ich kann mal gucken. Das hat glaub ich eine Abklingzeit. Woh, was denn jetzt drinnen? Guck mal, ins Goldstücke. Oh, ich hab allgemein cool da reingetan. So. Ah, also jetzt wird's wieder gehen. Hoffe ich mal. Sonst war's Pech. Ja, 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 ja. Boah. Ne, der Engbot verzweifelt mich langsam. Du kannst gut lachen. Ja, ich komm heute Abend, bin ich sicher im Discord bei Stammtisch, dann können wir mal ein bisschen quatschen, wenn du da bist. Also ich bin die nächsten, ungefähr zwei Wochen bin ich da, Cory. Habe ich Ferien. Gehst du arbeiten? Ne, ich bin in zwei Wochen etwa zu Hause. Vielleicht bin ich mal ein, zwei Tage weg, aber sonst bin ich eigentlich zu Hause. Ich bin in zwei Wochen. Ja. Ich bin in zwei Wochen. Ich bin in zwei Wochen. Und jetzt bin ich alle, zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Tage hinterher, damit ich�ke, was das. Ja, Mats, ich bin mir am überlegen, ob ich mit dem Engpot löschen soll und alles neu machen soll. Ich bin mir echt gerade am überlegen, aber das ist verdammt viel Arbeit. Und ich bin Bankrat. Ich habe so viel Geld auf der Hand. Ich bin Bankrat. 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 Ich bin Bankrat.